Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Ja, heute ist der Sport 1 zu Gast in Buchbach und ihr seht hier, das schildert nur noch 3 Kilometer. Dann bin ich in Buchbach, beziehungsweise ich war schon hinten gewesen. Ich hätte gerne ein Video gemacht von einem Sport 1 Wagen und von dem Ü-Wagen und dem ganzen Pipapo. Aber keine Chance da, da ist so viel Polizeiaufwand da hinten. Also ich hätte es mir schon gedacht, wenn schon mal Sport 1 live da ist, dass da hinten so viel los ist. Deswegen habe ich mich dann nicht getraut, dann einen Hintritt zu gehen. Nicht, dass dann irgendwas ist, aber in gut 2 Stunden beginnt das Spiel. TSV Buchbach gegen den SSV Jan Regensburg. Und natürlich die Highlights von der ersten Halbzeit und von der zweiten Halbzeit gibt es auf meinem YouTube Kanal. Und bis dahin verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Manuel. Ciao. Bis zum nächsten Mal.